Game Keys Game Cards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen Ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play City Car Driving Simulator Heute mit dem Nissan Stegra So heißt das gute Stück Ist ein Van, ach kein Van, ein Kombi Ein Sport-Kombi, wie man schon an diesem wunderschönen Auspuff erkennt Mir gefällt der Sound irgendwie So, gucken wir uns das Modell mal ein bisschen von außen an Die Texturen sind doch sehr verwaschen, glaube ich Der Sound ist nicht hässlich Eindeutig nicht Hört sich ein bisschen an wie ein Traktor Aber der geht ab Und es ist ein Rechtslenker Aber der Sound ist irgendwie Okay, ich möchte jetzt nichts sagen Ich habe vorher nicht nachgehört, wie sich der anhört Hier fahren übrigens dann auch wieder andere rum damit Ich glaube nicht, dass der sich in echt so anhört Falls doch Sehr lustiges Auto Sehr lustig Gucken wir mal, was wir damit schaffen Wow, 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 wow Hoppala Ich glaube, ich habe mehrere Autos gerammt Sagen wir mal ein Rasenmäher wieder an Oder so klingt der neue Sportauspuff Wahnsinn Es ist so verdammt laut Und so klingt der andere Sport Und so klingt der andere Sport Also wir lagen jetzt ca. bei 251, glaube ich, war es. Aber eigentlich ist der Mond nicht schlecht. Die Sau. Was eine Sau, hattet ihr das gerade gesehen? Wahnsinn. Also, ich weiß es nicht. Irgendwie ist der Sound ein bisschen creepy. Aber kann auch daran liegen, dass das hier irgendwie die Sportedition ist. Von außen hört er sich wieder angenehmer an. Ah, zwiegespaltene Meinungen. Ja. Hm, ist der Mod jetzt gut oder nicht? Ist gar nicht so einfach zu sagen. Also, vom Innenleben her ist da hier nicht viel halt, ne? Ist halt ein kleiner GTR. Na ja, ein GTR ist es ja noch nicht mal. Wir haben grün, Leute. Und ich bin hier gemütlich am Trinken. Aber ich finde ihn cool. Auch wenn er sich anhört, wie eine alte Blechdose. Und er hat einen kleinen Bonus. Er ist ein Rechtslenker. Das hatten wir bis jetzt auch noch nicht in einem Testvideo. Ja, was gebe ich dem Fahrzeug? Keine Ahnung. Entscheidet ihr, was ihr diesem Fahrzeug geben möchtet. Und für die Leute, die unbedingt immer noch meinen, mir Mod-Vorschläge zu schreiben. Leute, ich kann nur die Mods testen, die schon auf der aktuellen Version sind. Und das wäre 1.2.5. Das sind leider noch nicht so viele. Und ich werde sie einen nach dem anderen durchgehen. Na, Junge, möchtest du ein Rennen fahren? Hier vielleicht der Kollege im Lexus. Hä, Kollege? Ein kleines Rennen gefälligst. Nicht? Er hat es eh verloren. Feigling. Es wäre cool, wenn man Rennen fahren könnte. Der Lexus hätte uns locker abgezogen. Das muss er aber nicht wissen. Oh, ich habe Bock auf ein Eis. Ah, vor uns ist derselbe nochmal. Ah, okay. Den Klappersound kann ich damit umgehen. Ein bisschen... Bevor der Klappersound entsteht. Wie komme ich denn jetzt zu meinem Eis? Entschuldigung. So, komme ich zu meinem Eis. Wunderbar. Ups. Guten Tag, ich hätte gerne ein... Lol, da steht wirklich einer drin. Seht ihr? Seht ihr das Gesicht? Circa links unten in der Scheibe. Das ist creepy. Oder ist das jetzt irgendwie nur... Eine Täuschung. Moment, ich gucke nochmal hin. Ne, da ist wirklich einer. Da haben die jetzt einfach so abfotografiert. Schlechte Qualität. Und meint, man sieht das nicht. Lol. Sonst gefällt mir der Wagen aber irgendwie auch nicht. Wenn man hier mal reinguckt, das ist irgendwie nix. Sehr wenig Details. Naja. Kollege, danke fürs Eis. Macht's gut. Okay, Leute. Ich hoffe, der Mod gefällt euch einigermaßen. Ich persönlich finde ihn jetzt nicht schlecht. Aber auch nicht wirklich besonders gut. Deshalb lasse ich's dabei. Meine Meinung nach ist dieser Mod nicht so besonders, weil einfach noch viel zu viel an diesem Mod gefeilt werden muss. Und bis da an, Leute. Macht's gut. Bleibt, wie ihr seid. Ähm, falls ihr den Link für die Mod sucht, der ist ebenfalls wie immer in der Beschreibung. Jeder, der unter diesem Part jetzt schreibt, dass er den Mod nicht findet, äh, den Link zum Mod nicht finden konnte, hat für mich das Video nicht bis zum Ende geschaut. Und das ist sehr schade. Okay, Leute. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Ich danke euch fürs Zusehen, wie immer. Fährt ihr mir einfach rein. Hast du keine Augen im Kopf, ihr Zwillinge? Bis da, Leute. Macht's gut. Und Tschüssi Kowski.